Die Konjunktur in der Eurozone hat im Oktober überraschend angezogen, ergab eine Umfrage. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft in der Währungsunion stieg um 0,4 auf 54 Punkte, so das Market Institute, zu seiner Umfrage unter etwa 5000 Dienstleistern und Industriebetrieben. Das Barometer liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Zahlen signalisierten jedoch nur ein mäßiges Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent auf Quartalsbasis, so der Market-Chefökonom. Damit dürfte es für die Eurozone schwer werden, die 1,5 Prozent für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Experten der Europäischen Zentralbank gingen in ihrer Septemberprognose von 1,4 Prozent aus.